Servus liebe Leute und ihr seht es unten in der rohde eins aufblinken? nein. Ich habe gerade einfach mal eine Silberkiste geöffnet. Scheiße. Hätte ich es noch im Video gemacht, aber kann keiner ahnen, dass es so läuft. Und ihr werdet es kaum glauben, was ich gerade aus dieser Scheiß Silberkiste bekommen habe. Ich werde es wahrscheinlich auch im Funny reinbatschen. Alter ne. Ne, 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 ne. Alter, in einer Silberkiste, die Prinzessin. Fuck. Hier, Prinzessin in einer Silberkiste. eine legendäre karte in einer scheiß silbertruhe schließlich habe ich die prinzessin richtig episch man richtig richtig episch muss ich gleich mal ein bisschen angeben in ein paar whatsapp gruppen ist das traurig geil also ich jetzt einfach nur einmal kurz geöffnet mir so gedacht komm gönnst du den spaß aufgemacht und dann war die prinzessin in silbertruhe drin jungs in der scheiß silbertruhe jungs ich bin draus ich bin raus jungs raus ich würde euch so gern jetzt einblenden wie kann ich das am besten einblenden ich verleg' grad wie schaffe ich denn was ich schneid's mal raus und vielleicht krieg's irgendwie eingeblendet jungs das ist aus dem silberkisch hat bis gleich also ich habe rausgefunden hier seht ihr es im grund das war der screenshot den ich gerade aufgenommen habe eine prinzessin in einer scheiß legendären was nein der prinzessin eine legendäre karte einer scheiß silbertruhe kein fake ohne witz das ist mein bild jetzt gerade auf meiner facebook seite gepostet ja leider auf meinem normalen privaten account aber ihr falls es sehen würdet könnt ihr das sehen aber ich will da gar nicht so viel drum rummachen nächstes mal gibt es natürlich falls mit der prinzessin ganz logisch habe gar nicht mit der gerechnet weil eigentlich schon fast pennen gehen aber naja jungs ich würde sagen gehen wir noch mal in clash royale und gönnen uns noch mal die das war aus free chest zurück im clash royale angekommen frittruhe auf jeden fall die friedruhe ich bin schon komplett down komplett da und noch mal die prinzessin hat er auch nicht schade hätte er glauben können noch mal die prinzessin alte prinzessin kommt auf jeden fall jetzt mein deck und zwar für die bogenschützen geiler scheiß junge 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 oder für die sperrgoblins das muss ich nur überlegen aber die prinzessin ist schon mal richtig episch jungs richtig richtig episch würde man sagen dann lasst auf jeden fall mal ein like da vielleicht ziehen wir ja demnächst doch mal den eismagier in keine ahnung was in einer riesenruhe in einer goldruhe oder nochmal in einer silbertruhe oder free chest auf jeden fall richtig episch jungs ich freue mich so auf die prinzessin werde jetzt ein paar fights mit dir machen und mal testen ob sie was taugt würde man sagen haut rein bis zum nächsten mal ciao ciao wir werden nicht vergessen ich Illume auch Vielen Dank.